Nasenkorrektur ohne OP und das ist wieder heute das Thema und wir haben schon direkt mit der Behandlung begonnen. Bei dieser Patientin handelt es sich um eine Patientin, die als Kind einen schweren Unfall hatte und dementsprechend die Nase in dieser Form auch vorhanden ist. Und jetzt möchte sie das gerne den Nasenrücken aufgebaut haben und zwar ohne OP. Die Nasenkorrektur mit OP kann man hier an der Statistik sehr schön erkennen, nicht so häufig wie wir die zum Beispiel ohne OP durchführen. Wir haben glaube ich die Leistungen Nasenkorrektur ohne OP, die wir hier täglich in größerer Anzahl durchführen. Auch hier so eine Live-Behandlung. Man sieht hier jetzt schon, wie schön der Nasenrücken aufgebaut worden ist, dass es wieder eine normale Nase ausschaut. Sie hatten natürlich auch ein Problem im inneren Bereich, das kann man jetzt aktuell damit nicht lösen, aber das ästhetische Ergebnis ist dem schon jetzt entsprechend ansprechender geworden.